Willkommen zu Super Mario Altars Ich spiel in Super Mario The Lost Level Ähm Ich versuch mein bestes hier Weil ich kann das hier nicht Ich steuern kann ich sowieso nicht Oh, ein Pilz Nimm ihn doch Das ist ja Spaß Das Spiel ist schwer, glaub ich Ja, der kann springen Oh, Stern Sternchen Hm, Mensch Interessant Hm Ich glaub nicht, dass ich das Spiel ohne Fähigkeit Weil es ist, glaub ich, sehr schwer gewesen Oh, nicht Ich bin einfach drauf Haha 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 Boah Ich verschein' ich mal Bis zum nächsten Mal Ich verschein' ich mal Dann was gehts Tisch. Ach egal. Alles klar. Euch geht's glaube ich noch gut, oder? Ey, was soll ich da machen? Ach so, ich hätte da Anlauf nehmen müssen, besser doch. Ich bin ein Idiot. Ja. Ja. Ja, mein Mann. Woah. Woah. Bitte, bitte nicht der Album. Bitte, bitte nicht der Album. Nein. Das war doch mal. Nein. Ja, weil man das dann anders hat. �� grob, g jóvenes. Entschuldigung. Entschuldigung. Was? Nein. Tschüss. Entschuldigung. Ich muss jetzt mal eine Nervennage... Ja! Ich weiß nicht, warum. Ah, Alter. Ja, ja. Oh. 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 Wie auch immer das mal gemacht hast. Mit einer... Schitter dich weise durch. Ich glaube, ich hab jetzt schon keinen Nussmacher mehr. Ohne Scheiß. Wow. Wir haben doch Anlauf. Ah, ich muss gucken, ob da irgendwo... Da war nix drin. Oh Mann, ich bin doof. Mann, du Scheiß-Dominos. Ich geb Mario die Schuld. Ich weiß auch warum. Weil er mit Emma anfängt. Und... Tja... Ja, einfach so. Ich würde... Nee, einfach nicht ärmer. Wow. Ach komm, du blöder Hurensohn, Mann. Was? Im Ober? Ist nicht da her. Ach, vergesst es. Das klingt glaube ich nicht. Super! Das macht super eigentlich. Ich glaube... Oh. Wisst ihr, ich bin... Es gibt zwei Arten von Idioten. Einmal Idioten, die die für ihre... so meint mich wirklich was können. Und Leute wie mich. Yes, da geht einem her. Willst du? Komm her. Warte, vielleicht können sie sich da auch... Oh. Das ist mal in der Lage dazu. Yes. Jetzt können wir uns ein bisschen... durchschauen. Ich bitte... Das ist okay. Das ist glücklich. Mhm. Uh-oh. Das ist eine oder andere. Ich glaube, das Spiel ist nicht so richtig spaßig. Boah, freue ich mich auf dieses Spiel. Ich glaube, es wird noch schwieriger. Was? Einen Tintenvieh? Was soll ich hier so ein Skedoodle? Äh, was soll ich hier? Einen Tintenvieh? Alles klar, ihr könnt auch noch fliegen, what the fuck? Was stimmt mit euch nicht? Ah, der geht weg. Boah, ich habe ihn schon gestorben. Woah! Ich glaube, den Sprung schaffe ich nicht. Zumindest brauche ich durch Anlauf. Oh! Oh! Nein! Du Bastard, Mann! Aber es ist für mich noch unlogischer, dass die Tintenvieh fliegen können. Oh! 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 Ich glaube, da hätte ich eine Blumenöl kommen können. Deine... Deine Mama, Alter! Boah! Das ist doch der letzte Dreck! Das ist vielleicht so? Ja! So muss man ihn holen! Für Schnee! Oh Gott! Ne, bewegen wir den Blattraum! Und dann... Wieder so eine Wage... ...Dring... ...Küßen... 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 Jawoll! So schwer war das, Levy nicht! Ich hätte doch... ...Ein Film wäre... ...wäre gar nicht in Ordnung! Der zweite war unnötig! Man! Verdammte Drecksau, Alter! Oh mein Gott! Wuhu! So! Wie hast du das gemacht, Mann? Bitte sag mir! ...Wenn ich... ...diesen Trickwunsch auch können! Das Ganze scheint nicht einfach zu sein! Und ich bin einfach ein Vollidiot! Oh! Was zum Teufel! What... What the f... Boah! Spast! Fick dich doch mal! Ich hätte nur mal mehr Al auch nehmen müssen! Danke, Mario! Jetzt sind wir klein... ...bist du klein, du Gott sei Dank! Ich hoffe, das Video wird nicht durchsingestellt! Weißt du, Mario? Genau! Dass ich dich ruhig mal strecken kann! Naja! Der Pferdzeug will sich ja nicht verwegen! Ich spinne! Das war... ...im Grunde das ganze Karte! Wohu! Du... ...futze! Alter, ich hab gleich keine Lust! Das ist, glaube ich, das zweite Mal! Yeah! Neu anfangen! Super! Und ich... ...futze, Mann! Boah! Ich hasse dich! Unnötige... 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 Unnötige Rhetorik hier bei Banu... Ah, ich weiß nicht... Ja, so! So sollen wir ihn holen! ...hundertprozentig! Oh! Ich kann doch irgendwie durchlaufen! Werfen... ...Mario... ...kann nicht! Äh... ...ist der Ersten! Das bringt mir einfach die Motivation! Ohne Spaß! Eigentlich ist es nicht wirklich schwer, das Karte! Aber... Yeah! Diesmal bist du groß, Mann! Bitte! Bleibt das bis zum... Wo ist das? Ja, das ist aber... Was?! Ey, das ist unfair! Das war jetzt schon wirklich unfair! Ein bisschen verraten... Ja! Ich will nicht einfach nur noch sein... ...was heißt... ...spitzt! Ja! Warum kann ich nicht einfach alles machen? Ich will auch gleich durch... ...decke mir den Unnötig machen... ...und hier... ...und hier... ...ach... ...und hier drauf! Hier so, Mann! Ist doch nicht so schwer! Ist doch nicht so schwer! Hm... ...die Lappenabgarten, oder? Du wolltest schon immer gefressen werden, oder? Boah, Alter! Ich hasse dich! Oh, jetzt! Oh, jetzt! F�ih! Also, Maier, du hättest das nicht geschafft! Hätte! Du... Ver... ...verdammter Ruhe in so her! Ihr seid... ...so lustig! Oh ja, das war's für die Folge, damit ich mich beruhigen kann. Ciao, Leute! Und gebt bitte einen Daumen hoch, wenn euch das Video...